Musik Markus Lüpertz, Maler, Wildhauer, Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie. Einer, der gerne provoziert. Er gehört zu den international bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Was sind ihre typischen Charaktereigenschaften? Leichtsinn. Wer ist ihr persönlicher Held? Jörg Imbindorf. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung? Die Schönheit. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit? Ich bin nicht alt genug, um weise zu sein. Haben Sie einen unerfüllten Traum? Ich träume nicht, ich habe Schicksal. Was bringt Sie auf die Palme? Der Alltag. Wie sieht für Sie ein perfekter Tag aus? Malen. Musik 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 Bitte Untertitelung des ZDF, 2020